Aber heiraten kannst du mich nicht. Will ich gar nicht heiraten. Und warum schaust du mich dann immer so anders ab? Ganz toll. Das war wirklich großartig, sehr bewegend auch. Und ja, das war einfach zu. Ja, überhaupt, dass der Tabak angebaut wurde, das wusste ich auch. Das wusste ich gar nicht. Und das auch bis 2009. Wie viele noch waren? Ich fand so diese zwei Seiten, auf der einen Seite die Vorholen, auf der anderen Seite der Lenin. Und dann immer dieses Hin und Her und dieses Spiel dazwischen, das fand ich sehr gut. Bin daran vorbeigefahren, mit meinem Zug von Zürich, Karlsruhe, Mannheim, St. Petersburg. Und im blanken Loch habe ich aus dem Fenster geschaut. Da werden die Spöcke aber neidisch sein. Wie ist das in Forchheim? Oh, gut, weißt du, wir forschen da nur in Sorten. Mehr Trag, weniger Krankheiten, das würde allen helfen. Arbeiten, Feld, Seiferthof. Ja, ich bin vom Hof. Da bräuchte ich mit Ihren Stundenachweis und Ihrer Arbeitserlaubnis. EU, EU-Bürger, kommen EU, Polen, Albanien.